Besonders Interesse gehabt haben von Heilpraktiker und einfach Interessierte, die nach Möglichkeiten suchen, Naturprodukte zu erzeugen. Die Tiere eingeschmiert, dass keine Fliegen dazu kommen und desinfizieren. Wenn sie einfach etwas auf die Fliegen gehen würden, wenn sie einfach etwas auf die Fliegen gehen würden. Oder die Rotwilder oder die Elche schälen den Baum. Die Elke schälen den Baum. Wenn sie den Baum kaputt. Wenn ich da ein bisschen was drauf so. Oder einmal drüber fahren. Aber garantiert 10, 15 Jahre rührt das kein Hirsch mehr an oder kein Elke. Nichts. Weil die Rinde nimmt es auf. Den Baum schadet das überhaupt nicht. Und wenn du noch 10 Jahren, ich hab das ausprobiert. Wenn du den vor 10 Jahren so angestrichen hast. Und dann gehst du aber wie gesagt nach 10 Jahren hin. Und fährst mit dem Finger so über die Rinde. Merkst das nach 10 Jahren noch. Beim Vorbeigehen merkst du nichts, aber in der Rinde ist es. Und kein Hirsch geht da hin und schälen die Rinde. Keiner. Die Wühlmäuse mögen das auch nicht. Wühlmäuse, Springmäuse. Wenn du den Baum unten anstreibst, um die Dinge rundherum. Es geht keine Wühlmaus dran. Hasen, Kanimchen, Ziehen. Wenn man das richtig macht. Für mich ein Wundermittel. Hier die kleinen Töpfe. Zwei gleiche. Im untersten, im untersten, der ist eingegraben worden in die Erde. So mehr in einen gosigen, nassen Boden. Eingegraben. Da ist so ein kleines Ding von Wasser hineingegeben worden. Ach, ein Liter. Wasser. Zwei gleich große. Da ist dann, die zerschlagenen Knochen sind da hineingekommen. Und dann haben wir ein Gitter da und das ist nichts. Dann ist ein genau passendes Gitter auf den zweiten draufgelegt worden. Und dann ist das mit den Knochen. Und dann wird die Knochen mit der Böden abschüllen. Schon draufgelegt worden. Und dann wird die Knochen mit der Böden gesetzt worden. Dann wird die Knochen gedichtete. Und dann wird die Knochen überwenden. Und dann wird die Feuerwehre allgelegt worden. Das Paar im Brennermandl ist dort gesessen, neben einem Stock und hat nicht beobachtet. Und wir wollten immer Holz nachlegen. Er hat einen Stock gehabt. Die Kinder verjagt. Warum? Er hat genau aufgepasst. Er hat genau genutzt wie viel Holz. Und dann hat er immer nachgeschaut. Bei der Hitze, da ist Öl drin, heiß. Und wenn da beschädigt wird, dass hier Feuer rinkommt, Funken. Dann fangt das Feuer. Dann fangt das Feuer. Ja. Das ist die Regeln. Wir brauchen noch eine Bremse. Da ist ein Rink. Julien? Ja. Ja. So, und jetzt werden wir sehen, ob das kommt. Jetzt werden wir sehen, ob es funktioniert oder nicht. Mit dem Gitter aufheben. Take the metal with you. Take the metal with you. So? Great. Wow. Yeah! Yeah! Perfect! Wow! Wow! So, you got it on your nose, right? Yeah, but it smells like barbecue. So, try it on her nose. It's just like charred. Yeah, like a used grill. Yeah. What's it smell like, Bill? Like a used grill. Like you haven't cleaned your barbecue grill in a month. That's what it smells like. That's what it is. That's why I kept saying barbecue. It's the grill. Yeah. It smells like a smoky, burning flesh. Ew. If you like this sort of thing, come on out to the forums of permies.com, where we talk about Sepp Holzer's bone sauce, homesteading, and permaculture all the time. This needs to stay like that and cool down. Yeah. Boom sauce! Boom sauce! Boom sauce! 게임! Boom sauce! Boom sauce! Boom sauce!